Leute, wollen wir doch mal gucken, was Gäst aka der unbekannte Mann mir geschrieben hat. Und Leute, was hat er mir geschrieben? Er hat mir geschrieben, ich soll ihn anrufen. Warum will der denn, dass ich ihn anrufe? Und das auch noch in der Teufelsstunde, ey Leute. Der spinnt doch. Oder Leute, vielleicht will der auch, dass ich ein FaceTime-Video mache, Leute. Aber warum? Will der nur die Klicks abstauben oder was ist mit dem? Aber Leute, ihr wollt das doch sicherlich auch. Ich bin sicher, ihr seid neugierig. Was passiert, Leute? Leute, ihr feiert doch solche kranken 3 Uhr-Videos. Und ich bin halt auch neugierig, was passiert, Leute. Leute, das stimmt, Leute. No whisk, no fun. Leute, der Spruch passt ja auch. Deswegen würde ich sagen, wir rufen jetzt mal, jetzt rufen jetzt mal Gäst aka den unbekannten Mann an, Leute. Okay. Natürlich per Video. Es hupt. Komm schon, ich hoffe, der geht schnell dran. Oh, Leute. Typisch Gucci, Leute. Ihr seht, ihr seht ja hier im Hintergrund. Es schilt Gucci gerade rum. Warum auch immer. Naja, Leute. Und? Unbekannter Mann, hallo? Unbekannter Mann, was sagst du? Ich verstehe ihn so schlecht. Unbekannter Mann, du willst zu mir kommen? Nicht an. Warum denn? Du willst mich und Gucci entführen? Warum? Hat dich wer beauftragt? Hagiwagi? Ja, okay, komm her, du Lappen. Ich werde dir die Maske abnehmen. Ich will wissen und ich will mich aber auch, wer unter dir steckt. Ob du überhaupt eine echte Person bist, weil du trägst bestimmt auch eine Maske. So wie XO, deine Schwester, dein Vater Oki, dein Bruder Ayuwoki, Ayuwine auch. Das tragen halt alle Masken. Und deine Maske Gästwerden wird ja auch noch abnehmen. Also, merk dir das. Ja, dann komm doch vorbei, du Freikesthuhn. Machst du doch eh nicht. Ja. Du willst jetzt kommen? Wie weit bist du weg? 30 Minuten. Ja, okay, 30 Minuten ist lang genug. Bis dahin fällt mir ein sehr, sehr guter Plan ein. Du solltest dich mal lieber beeilen, du Lame-Schnecke. Du willst zustehen, dass du in 10 Minuten kommst? Schaffst du nicht. Dafür bist du zu langsam. Du bist langsamer als 10 Schlecken zusammen, du Arsch. Und Stau. Okay, Leute, den habe ich ja mal richtig verärgert. Oh, Mann, Leute, ich glaube, der kommt jetzt erst recht zu mir. Und wahrscheinlich auch noch viel schneller, gerade weil ich sie so verärgert habe. Vielleicht ist die jetzt wirklich in 10 Minuten schon da. Oh, Mann, Leute, wenn die jetzt schon in 10 Minuten kommt, dann müssten wir ganz schnell was vorbereiten. Okay, Leute, lass uns das auch direkt tun. Leute, ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich für Fallen machen könnte. Aber warte, Leute, was kommt ihr? Ich glaube, gerade alle, hinter mir ist die XO-XO-Maske. Hinter mir ist XO-XO. Hey, was denn jetzt? XO-XO oder die Maske? Ich hexe jetzt nicht, Leute. Oder warte, ich soll nicht gleich mal hinter mich gehen und mal gucken, Leute. Vielleicht könnt ihr recht haben, Leute, weil ich vertraue euch einfach mal, weil die XO-XO sehr gefährlich sind. Oh, mein Gott, Leute, da ist wirklich die XO-XO-Maske. Oh, mein Gott, Leute, ist das nur die Maske oder ist es XO-XO selber? Alter, Leute, ich weiß es nicht. Ihr müsst es ja rausfinden. Leute, wir müssten mal ganz vorsichtig gucken. Ah, Leute, es ist XO, aber wie kann das sein? Es hat eben mal das noch die Maske und jetzt ist XO, da hat sich XO gestrumpft und ist dann in ihre Maske reingegangen. Wie hat sie das gemacht? Oder kann sich XO wieder seit, jederzeit verkleinern und wieder vergrößern? Weil es hat sich jeder vergrößert und ist aus ihrer Maske rausgegangen. Oder kann sich einfach die Form von ihrer Maske annehmen oder gar beides? Alter, das ist ja viel zu heftig los. XO geht mir auch aus von deiner Fähigkeit ab. Die reicht bestimmt für uns beide. Nein. Die brauche ich selber. Alter, XO, warum bist du so gemein? Na, du hast doch so gemein zu mir. Und jetzt hast du sogar meinen Bruder verärgert. Alter, XO, das stimmt gar nicht. Das war alles wegen Hagiwagi. Ah, du lügst, Newe. Das war nicht wegen Hagiwagi. Nein, 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 nein. Doch, XO, ich schwöre es. Was kriege ich dafür? Du kriegst meinen Fernseher, der da voll ist jetzt. Okay. Und was muss ich dir dafür geben? Wenn du willst, musst du dafür nichts traden oder offern. Oh, great accepted. Oh, XO, sei vorsichtig, sonst scame ich dich noch. XO, I scam you. Rauf. Du solltest mich nicht scamen. Das macht man nicht. Du hast mich doch auch mal gescamt, oder nicht, XO? Wann? Ich kann mich nicht an dich erinnern. Wer bist du? Ich bin Newe, XO. Tu nicht so, als wenn du dumm wärst. Nein, ich bin nicht dumm. Ah ja, ich erinnere mich jetzt wieder. Ja, also, XO, geht doch. Okay, wenn ich jetzt ein Fernseher haben. Ähm, okay, aber XO, kannst du den überhaupt alleine tragen? Der ist viel zu groß. Geht schon. Ich glaube, ich kann das schaffen. Weil ich jetzt Podak, in bluff. Nein, 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 XO. XO, lass mich los. Mahle, ahilfe, ihm Williz. Ich will mich ja helfen, ein bisschen... Hilfe... Hilfe. Antwort, bitte, 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 Hilfe holen. Nein, Newe. Jetzt hab ich dich Marti nicht aufessen sein. Nein. Nein, XO, lass mich in Ruhe. Ahhh... Meine Maske. Oh nein, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Leute, ich habe das gerade wirklich gemacht. Ich habe jetzt auch so fest an der Maske gezogen, um sie halt so von mir wegzudrücken und habe sie jetzt aus Versehen abgenommen. Oh mein Gott, Leute, ihr seht hier, ist jetzt wieder nur die Maske. Und die O ist jetzt wieder verschwunden, oh mein Gott. Und sie ist jetzt wieder ohne Maske, weil ohne Maske ist sie ohne Schutz, weil sie kann ja ohne Maske nicht so viel. Leute, die konnte doch mal nicht reden ohne Maske, Leute. Also, Leute, wenn ihr noch wisst, wie XMX unter der Maske aussieht, lasst erst mal ein Like der XO. Sieht irgendwie richtig komisch aus, wie so ein Alien. Naja, wahrscheinlich ist XO das auch. Leute, und jetzt haben wir wieder ihre Maske alleine. Oh mein Gott, Leute, was sollen wir jetzt, was sollen wir damit jetzt wieder anfangen? Sollen wir die, sollen wir die jetzt wieder zerstören, so wie früher, wieder monatelang? Oh nein, nein, das ist, das wäre blöd. Ich hätte, darauf hätte ich jetzt eigentlich nicht so Bock. Halt, wenn dann vielleicht nur für 24 Stunden, aber nicht mehrere Monate. Oder sollen wir die jetzt anziehen? Leute, was sollen wir jetzt mit dieser Maske machen? Leute, wisst ihr es? Vielleicht irgendwie sagt diese Maske, ich soll sie anziehen. Belins, bis ich so, ein bisschen jetzt. Baeh, wir wollen die Maske machen, mit einer Schleppenzeuge, Oder sollen wir Parlamentarierarbeiten? Ihr unbedingt habt, was soll ich alles Cultural machen? Oh mein Gott!